sehr schön sie wechsel dort schon lange bis er wechselt dann laden system lädt und kann so eine reine jetzt beitreten wenn sie wollen ja gleich da war dann noch mal kurz das kann man einen kleinen anhänger anhängen das ist unter klein kommt kein drucker sogar ja ja hänger hänger und 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 wie viele hänger kann man maximal nein so auch nur einfach nur vier wenn es weiter wo man dies noch mal noch mal ist eine runde lage aus nicht dass wir mal mehr sind sondern das andere große da er der und dann ja genauso ganz normal hier dran stecken einfach einfach in sahne in sahne in sahne ich hätte dann alles müsste nur gucken dass sie dann eine teleportation auf kalidon und kann er nicht beitreten du wirst mir nicht angezeigt ist das der bock schon mal kurz im moment äh die kritiker telefon jetzt aber jetzt dürfte ich online sein telefon 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 der ist weg wieder blitz wieder blitz äh notieren ist denn verschlossen bleiben hallo 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 das ist was wollte ich jetzt machen nein ich bin schnell wieder ja so ein spaß dieser UPE UPS Drecksack Alter ich bin live sorry so ein dummer mensch was hat er gesagt nichts gesagt das war DHL ich wusste ich höre dieses Tür klingeln Junge wenn ich so an einer Tür klingeln ich bin doch nicht taub Alter der dumme mensch hat einfach nicht geklingelt Junge Ehre genommen würde ich jetzt sagen genimmt ja gegönnt Ehre gegönnt Alter hier boi 1,2,3 hey boi kio 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 weg weg ich komm auch gleich live die letzten zwei Streams die haben nur 23 und 16 Aufrufe Drago ich glaub das hängt mit der Länge zusammen weil wir 5 Stunden 30 gemacht haben 37 Aufrufe nein das kommt das kommt nicht darauf das kommt nicht darauf warte ja warte wie hast du die gemacht also dass du dass du dann die die das ganze Stream behältst Tobi bist du Tobi du siehst es ja gerade denkst du es reicht was was meinst du für den Tobi guck mal mein live hey ja ne mehr mehr was meinst du für den Tobi 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 dann muss ich noch warten ich hab hier auch den Rucksack noch voll muss ich noch warten ich denk es kommt auf die Uhrzeit eher an die die jetzt ist nachmittag weißt du deshalb ist die Uhrzeit eher nicht so nicht so feierlich ich bin es bei 1030 langt ihr hätten gegen mich zu spielen auch nicht gegen mich spiel nicht wichtig für uns steht aber hierher war und schattet es nicht es ist nicht zu schaffen du an der Stühle unterstand nach Standort drüben Prozent er war dann mann 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 abert abert die 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 jetzt 3 3 Reo 2 sind ein Mann ihr das muss ich 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 jerry welcome back my guys was geht mein live stream kommt in mein live stream nein es ist unbelohnt es trau gott mehr views als du bist dir sicher bist dir sicher fuck aber warte weg mein vater kommt grad wieder ich hab auch gleich ein paar leute die kommen erst alle weil man fängt an da muss man erst mal warten und dann so dann kommen immer mehr leute die uhrzeit ist extrem schlecht und sich mal einsteigen was geht die die uhrzeit ist extrem schlecht welche die jetzt wahren hey nach den hd die märkte das ist das ist mein ganzes am toby es ist zeit für mehr hydrazin und für einen zweiten ich baue für uns beide einen ist verarbeitete lab toby hast du für mich ein titanium okay ja ich kann mal was brauchen wir brauchen grafen was brauchen wir ja kaffee in hydrazin ich stelle ich noch mal hydrazin her zwei ammonium und stückstoffe hydrogen da bitteschön vier ammonium servus hallo wie geht's hier very very gut was machst du eigentlich einfach was mit jetpack für die hinter stelle ich würde mal gerne gucken wie es meine mit meinem hydrazin produktion an ich will schrott sammeln schrottig gesammelt abgestern happy luki 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 wo ist ein ganzes schrott seht ein schrott ne toby ok so das heißt wir brauchen zwei hydrazin richtig für ein titanium alloy ja grafen meine ich warum ist gerade kein einziges schiff da mit einer hydrazin schubdüse weil ich mit dem letzten abgehoben bin doch kalidor kann ich erstmal eine hydrazin schubdüse mehr bauen was machst du auf kalidor überhaupt ach so dingens ja ne moment aber hier das hydrazin bitte nicht nehmen okay weil ich brauche es gerade für unsere haupte hydrazin stahl und angsten stil tünnsten fern wir noch kurz ran bitte bitte was brauchst du ding stahl eisen eisen stahl stahl brauchst du okay ist recht mach eisen und karbon und mal karbon da ich brauche ein nitro gen nitro gen haben wir da ich bin kein nitro gen ach da bestimmt es gibt es gibt ja es gibt jetzt ein stück okay vielleicht ist es soweit toby mach mal ein eisen bitte warte hier einmal für dich den jetpack äh äh ist das eine titanlegierung oder nanocabon 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 kannst du kannst noch meinen stahl bitte machen kurz wir haben wir haben was im hinteren klappt reicht nicht ach wir brauchen können und und das ist schutz so die kärz in terrar schlicht schlusser ist die entgegen die das nix mit aus verstanden nein ich habe mich nicht selber gemütet bei mir ist sehr viel ammonium kollege hier auch haben und hier um auch am morgen die 13 oder ja über 10 hat er lassen ich mich mit jetzt meine Tüter zieht die Fabrik fahren eigentlich um auch recht mehr Ammonium und noch mal 3 ok aber habe ich schon für Schrott im Inventory und du kommst noch eins in der hallo haben und die ist gerade so viel material ich habe mir kaputt unterkunft ja ja die kürze Tobi es wird gerade mehr Helium gemacht wenn es wieder zieht einigte hat Wuii die Kinder wenn wir noch eins machen bitte noch ein Jetpack sie sind ja okay ich brauche dann vier Ammonium wo sind die ganzen Schiffe den Advanced Triebwerken kann das nicht sein was brauche ich noch okay da liegt noch ein Hydrazin Tobi für dich extra für dich ich brauche eins ein Grafit haben wir einen Titan haben wir einen Titan ja ja wir haben noch wir haben noch ein Titan zwei Ammonium so aufhören was sind jetzt noch Kalidor aber ich sehe dich aus dem Orbit nicht zurück auf ihn wird gerade hergestellt jetzt muss ich nur noch ein Titanium hinlegen und dann nur noch den Hydrazin geben richtig ich ja komm her komm zu mir her ich bin gar nicht da ich will nach meiner Hydrazin Fabrik schauen Nitrogen wie sie es aus wie viel Hydrazin haben wir denn und warum arbeitet er nicht kann es sein dass das darf nur arbeitet wenn du da bist oder vielleicht liegt es daran dass es gerade du ah hä was denn herum oh mein Gott was denn ich habe vergessen von Explosive Powder alles umzustellen auf Hydrazin wieder Hydrazin wieder oh es hat die ganze Zeit nicht gearbeitet ah was küsst du denn so ein Hydrazin-Triebwerk Dill Tanfen Wolframen und Stahl wer ist jetzt gar nicht fehler gewesen ja ich weiß wo haben wir denn noch Eisen klar nicht wenn ich glaube wir müssen ich mach mal was wir müssen meine Eisenfarm mal weiter bauen oder ich 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 der produktion und dann muss ich jetzt nach meinem stahlproduktion auf glas das warst lange hier gekürze lichter wir brauchen hämathäten ich habe mir den punkt nicht gemerkt also ich habe keinen bieten ich würde mal zur erde kommen haben wir da noch ein quarts da ja wir haben noch ein quarts da das würde ich direkt zum sturm verarbeitet klagen dünnen dort ich habe geleckt dass das 1 6 erster der hatte bleiben ich habe geleckt wirklich nicht mein ganzes bildschirm alles hat gelegt So, ähm, ich komm später wieder, ich geh jetzt mal ein Paket holen. Ja, aber viel Spaß. Viel Spaß. Äh, Happy wolltest du mir nicht noch was geben? Ey, Happy, du hast was im Inventar, was mir gehört. Was ist im Inventar? Das gehört mir! Aber hast du Bock, Hannes, jetzt dahin zu gehen? Nein. Ich muss ja jetzt trotzdem hingehen. Ähm. Dein neues Make-up holen, ja, dann musst du gucken, ob dein's nice ist. Wenn dein's nice ist, bestimmt ich mir's gleich. Ja, dann, aber da ich davon ausgegehen kann, dass ich es nämlich haben werde, ähm, hol ich dann gleich mein zweiter Account auf den Ding und mach Kamera an und dann zeigt, Kunde ist aufgebaut. Ach, du hast mir mein Deacon schon gebaut, gell? Ja. Ja, ich hab's ja auch schon gegeben. Ach, so ein Pfeifett. Hm. Von, wo bekommen wir Hämatet? Ich brauche Strom. Strom? Äh, Gas, ja. Ich flieg da jetzt hin. Ich flieg da hin. Ich will's automatisieren. Da flieg ich jetzt hin und suche meine Stelle raus. Hämatet. 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 Niemals. Niemals. Ah doch, ich bin bei meiner Ding gelandet, bei meiner Mining-Plattform. Ähm, ich kann hier mal eine Eisen-Kammel mitnehmen, ein Lager voller Eisen. Nun muss ich mir mal aufschreiben, was ich brauche. Ich brauche einen Stift und ein Blatt Papapapa. Also, ich brauche... Äh, die... Ach, im Auto. Für was ist ein Auto? Eine, eine Schmelze. 2 Minuten, Michael. 4 Lager. Äh, und dann nochmal... 1, 2, 2, 3, 4. 4 Plattformen... 5 Plattformen... Und dann 10 Batterien. Ich bin von der Glieder, die sich holen mir hin zu bleiben. Ja, schon mal. Mal. Hm. Kann ich direkt wieder zurückschicken. Tobi, du bist viel zu spät. Hm? Du bist viel zu spät. Für was denn? Wegen Eisen. Das ist ja nicht meine Hauptmission, oder? Ich brauche Eisen. Ich brauche auch viel. Eisen, Eisen, Eisen. Ich hole grad vier Eisen, ne? Hm. Komm, da zurück mit einem Lager voller Eisen. Gibriens, ich mach jetzt dein Dings da, ne? Hm? Hm, ich hab vergessen so ein Ding... Wie mach ich das mal Carbon? Ich hab nicht so Carbon. Wir haben keinen Carbon. Wir haben keinen Carbon. Mit Kabeln gebrochen. Ja. Auf communaut das Montebnion liegt. Ja, auf Glase gibt es noch nicht gewenix. Ich hab Geisen mit goings On wszyscy ärmen. Ich bin da planning склад oder wenn man das bin. Oh, kommt Nummer reconsider. jetzt genug also die Schrauben ein die Zee Männer doch das ist das ist der Autorhaben Kassi dann im 1 2 wir haben es aufgeschrieben braucht zwei Arme es nur zwei Arten durch die Herstattung Wieter und die Chumann die Arme ich bin ich schon mal ich bin 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 ich mitgenommen und damit ich genügend Energie verkehlt habe Compound, Resin, Organic, Clay, Cards, Graphite, Ammonium, Laterite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ich glaube ich muss mal bald wieder Ammonium holen umherde ich meine Ammonium wieder online mein Herzin auch denn ins und und du musst einfach mal mit dem im buch auf kalender umfang mit schrott sammeln so ist es nicht nur mal machen 11 Euro nach Kalidowin für schrott durch nicht mein Schreiber auf die Anleitung er hat noch ein ich kostete er und die Klinik zwei Tanks in Karbeid so ist die Kassel nix und extra großen ich komme gleich ich möchte mich schon gleich in der Luft zurücklaufen Ja. Warum machst du zwei Irrtics? Ah, da oben ist die Hubble-Station. Besonders, die ich letztens gefunden habe. Warum machst du zwei Irrtics? Bekomme ich ja nicht die Erfolge auch? Ich weiß nicht, du hast die Farbe gekriegt. Wo, wo sehen die denn? Da unten, dieses Wanderer, diese Geheimfarbe. Da, wo Locked steht denn so? Achso, ne, da hab ich... Da hab ich jetzt eins. Ich parpen. Don't let me just watch. Was parpen? Moin, moin, was geht meine Art, die in Buzas? Das Treben geht mal wieder. Wir haben dich afg. Wir haben dich afg. in der Welt gefunden. Auf, äh, Dingen zu. Mhm. Nee, natürlich. Wir haben dich gar nicht gesucht, irgendwie einfach gefunden. Ja, ja, ich weiß. Ich stand da einfach wahrscheinlich an der scheiß Flagge von dem Heavy verlorenen Sektor. Oder irgendwo... Nein, entstandest du nicht. Nee, ich war oben so ne Eishüle drin, ne? Ja. So ne kleinen Kante, ja, in der Nähe von der Flagge. Was macht ihr jetzt gerade? Da kommt der Fernseher durch. Astronere. Astronere. Gastronere. Oh, los. Keine Beleidigung. Tobi, wo ist eigentlich dein Schiff? Ist mein Schiff versteckt oder was? Ah, da, da, da. Ja, ich hab's gefunden. Der Schiff ist bei mir weggeflogen. Und, äh, Tobi. Lass mich mal kurz sagen. Nein, der Monik ist dran. Wo ist das denn, was ist das denn damit? Ich brauche, äh, Ammonium und Aluminium. Aluminium. Für was brauchst du denn das denn? Äh, um Fjöl zu bauen. Äh, Fjöl. Ähm, wo gibt's das... Äh, wir haben... Ah doch, hier, wir haben hier noch ein Ammonium. Oh, Glück gehabt. Äh, warte mal. Du machst einen aus Hythrazin. Du machst ein Hythrazin-Triebwerk. Ich muss kurz fliegen, um mehr Ammonium zu holen. Warum brauchst du kein Ammonium? Um alles... Ja, Kollege, guck mal. Guck mal, wir haben kein Ammonium mehr. Und? Was brauchst du Ammonium denn? Was soll ich dann holen? Das weiß ich denn nicht. Wir haben noch kein Ammonium mehr. Ha! Oh, ich muss kurz mal einen PC ausziehen. Schalten, oh Gott. Äh, kapi. Gleich. Ich spreche mal kurz. Gleich bejagt. Aus. Zu. Ich werd dann lieber nicht schämen. Weil sonst nützt es viel zu belasten. Und ja, man hört sich leider. Ciao, ciao. Bis. Gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Er hat auch bis gleich gesagt, schon. Autist. Ich hab schon gesagt, es ist ein Jetpack sehr angenehm. Ja, ich bin oft genug. Im Gegensatz zuerst hast. Ich bin gleich fertig. Wir haben da noch einen, bei denen er ist. Ich hab mir Zeit aufgefangen. Und er hat gleich mit der Rock. Warte. Okay, wenn die gleich weg ist, dann weiß ich nicht wie. um so ein Stück von das ja das ist Stück von 3 direkt hier ungefähr hier so die Basis das heißt ich wollte nochmal vielleicht ungefähr jetzt von der Punkt aus und der Punkt aus hier so ist nicht da weiß nicht wenn ich glaube ja einfach nur wegen Perfektion weil ich einfach eine Herausforderung haben wir das nicht vor den Kern geben darf bevor alles aktiviert ist das ist zu meiner Herausforderung sagen wir mal so müssen erst alle Stationen aktiviert sein ansonsten darf ich nicht in den Kern der Dinger an dieser Stuhl es ist eigentlich ein richtig guter Stuhl aber weil ich wie ich den bekommen habe zu meinen guten Fortnite Zeit noch auf dem rumgegriffen wie ein Autist hat er halt einfach angefangen zu quietschen und zu knarzen das ist immer heftiger geworden also weil er wirklich nicht begriffen wie ein Autist aber kann dort ein bisschen wegen das ist halt einfach scheiße und nach dem Ölen was ein Tag nächster Tag ich bin nicht rumgehüpft sonst irgendwas äh es geht wieder das Krieg hat sogar verschlimmert irgendwie nachdem wir auch Além Ah, interessant, hier ist unser Ruhlgabier. Komm on, passt noch. Kriegt zwei mit einer Sonnenumdrehmung diesmal hin. Die Ruhlgabier rein. Rein, habe ich gesagt. Rein, rein, rein. Komm schon schnell. Komm schon schnell. Das klappt oder nicht, uns ist Titan ausgegangen. Kein Wunder, vor allem wofür das Titan aufgebrochen worden ist. Doppel-Dread-Packs waren wir. Nicht nur für die Jigs, auch für die ganzen Lager. Diese Silos. Ja, stimmt. Ja, aber die sind gut. Die sind eigentlich wirklich gut. Ich weiß nicht. Ich muss meine Liste mal weiter abarbeiten. Ich habe zwei Arme, ich habe zwei Schmelzen. Ich brauche fünf Plattformen noch. Das heißt, mehr Stuff. Ich habe überlegt, es gibt gar keine vielen Planeten, die Wohne haben. Ich habe einen Astro hier. Silvia? Mond nicht doch. Silvia hat einen Mond. Silvia und wer noch? Novos hat einen Mond. Und das war's. Ja, weswegen? Nein. Ich habe ihn nicht. Ich bin 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 nicht. Jetzt ist es einfach so ein Biest. Ich schaffe einfach alles. Es ist eine gerade Wand. Ich bin nicht. Aber so lange der ansatzweise auch in die kommende Störung kommt, kommt er auf eine 90 Grad Uhrmehr entlang. Das ist so schön. Ich bin nicht. Dein Robust auf Störung. ihn das hätte groß wir haben wir noch nicht mal mit den kleinen ich weiß Ich bin doch die richtige Entscheidung oder? Ja Hm Ich bin doch nicht gebraucht 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 Du gehst jetzt nur noch mit Traktoren in den Kern gell? Ja Weil ich die mit Verpackern doch immer wieder zurücknehmen kann Hä? Wie läuft das? Läuft das gut oder? Ja Du bist jetzt ja Ich grab mich dann einfach straight nach unten Scheiß auf alles Wer hier reinfällt, das ist ja selber aber Also ich fahr jetzt in so einem leichten Schräg Schräg rein runter Na Und wenn ich halt in die Höhle komme Dann lass ich mich einfach runterfallen Na nice Ich bin sofort wieder da Was ist das? Läuft raus Ich verhindere wohl sich nicht mehr so Oho und jetzt kommen wir nochmal zum Geräte Das heißt, ich glaube ich muss auch hier spielen Tuck Tuck Die ist vielleicht schon nicht zu Bremen Soll das. Soll du nicht mehr? Ich habe noch einen Blatt. Das ist schon ein Blatt. Ich weiß nicht, warum du nicht mehr vorst? Du bist nicht mehr an das Blatt. ich glaube die Basis schon wieder Ich weiß nicht, ob das Stillebohr mit so einem Teil sein soll. Hier ist die Mühle. Jetzt weiß ich, dass der Mühle nur eigentlich gezielt. Ich war nur kurz auf dem Klosett. 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 besser kann man so die nicht teuer Wir haben es nicht entwickelt. Oh nein, die Sonne geht rechnen, oder? Oh, wir haben Glück. Da ist die Sonne. Komm, ich hoffe, wir werden die Sonne jetzt. Ja, wir haben schon, wir haben schon noch ewig stuffed, bis wir alles durchkamen. Dauert schon noch ein bisschen mit Research. Nein, die Sonne geht gerade weg. Gerade, als ich an der Station ankomme, ist die Sonne weg. Ist doch nicht wahr. Auch so Sonne, oder was? Ja. Ich habe hier vier Solarmodule, die eine Sonnenenergie brauchen, damit ich ansonstenweise die Teile wegkriege, weil die Kalidor-Teile brauchen sogar schon mehr als zwei Energies an Strom. Das ist aber eine Dauerzeit, eine gewisse Zeit. Und ohne Solarmodule kriege ich das nicht hin. Brauche ich jetzt auch eine Rahmenfahrung hoch. Brauche ich nicht, das reicht so, dass ich mich verbinden kann. Alles gut. Ich muss nur auf Sonnlicht warten. Das kann jetzt wieder eine Weile dauern. Ich kann ja mal gucken, welche Farbe man kriegen soll durch Kalidor. So, jetzt da. Kalidor. Kalidor-Farbe. Wir haben schon besucht. Aber ich weiß, alle bekommen auf jeden Fall das, wenn das freischaltet. Das weiß ich nicht. Ja, die Farben hier, aber nicht die Vorabzeichen. Das muss man selber machen scheinbar. Ja, das muss ich selber mal machen irgendwann mal. Novus. Galaktisch. Was gibt's hier eigentlich? Macht Alarm? Was gibt's hier denn alles? Hüte. Gibt es denn? Hüte kostet Geld. Alle. Hüte kostet Geld. Hülses Haut, da. Kopflampe. Was ist denn? Der... der dritte Hut ist mein Punkt, den nicht ab. Ja, der da, ja. Visiere. Die Visiere haben Hannes und ich das gleiche, da haben wir ja des Rauschen-Dingens. Ja, das geht vor, weißt du? Ja. Das Bayern, das muss ich klatschen. Moment, Moment. Wenn ich hier alles holen kann. Paletten. Farben. Hinter Licht. Glitter. Der ist golden. Wir haben Arcadia. Ja, klar. Hier sind ja noch... Holzlasch. Och ne! Lüftpasse, lass mich. Ach man, Alter, was... Was? Hm? 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 Ja, klar nicht mehr. Nicht. Ach. Was ist denn da vorrückt? Anzüge? Ja. Ja, die ganzer Anzüge kaufen, die du davor in den Events freispielen konntest. ich finde ich jetzt nicht ehren der interessiert mich weil ich kenne den nicht den letzten hier der interessiert mich gerade der letzte fragezeichen oder was weg des wanderers ich weiß dass wenn man glaube ich alle erfolge hat naja erstens kommt die Sonne gerade langsam wieder aber der suit sieht geil aus da hin also muss jetzt warten wie sie teil angehen na bin gerade immer noch im vorbereiten für meine dinge in st i don't have a leg i am the size time is money du weißt du weißt gar nicht wie schrott die schule verbraucht hat ich weiß schrott geht weg ich will halt nicht farmen gehen und er das haben wir ja nicht da ist das ist das verdammte rand ich will aber nicht warten muss auch nee bin ich dir wenn ich jetzt noch verlieren dann bin ich richtig sauer was machst du gerade immer noch immer noch heavy verlorene seite mhm ja ich will aber diese schritte uns kannst du später mit mir vielleicht den 100k machen ja immer noch klar ohne hannes dann schon was wenn hannes nicht mitmacht denkt trage wird es nicht durch stream aber ich habe es geschafft na frech ich habe sie schon wieder nicht bekommen ich lauf einmal dann kriegste direkt ich lauf vier weitere male kriegste gar nicht mega geil ja danke letztendlich kannst du mal den live anmachen ja kann bitte mal ja mhm moment die sonne ist doch still in der sonne warum gehen sie nicht an ja du musst es anders hinstellen guck mal die sonne bewegt sich ja richtig flach das ist so ein richtig kack längengraht ja da gehen sie halt jetzt auch mal nicht hast du es geschafft oder hast du es nicht geschafft ja habe ich geschafft hast du willkommen verbesserungskern und verbesserungspersma so gut war auch ich bin wieder er ist auf vogue es ist auf vogue fest und wir sind die kurschef wir kommen nicht hier und so weiter geht es abholen aber dass diese größte verbunden ist mit der schweren version von in den zu kommen folgen und ich selber später zeigen ja wir können auch gerne machen macht haben wir halt noch mit und haben wir noch den Gratulisator man muss halt auf allen drei Charakteren erstens laufen damit man gut progress hat ja okay wir haben ja meine Charaktere sind ja an den nicht gedämmt richtig also zero ich hab mir mehr Stasis drauf Entschuldigung haben wir sich verpissen oh nein STFU das reicht nicht vielleicht hält die Baterianos von dem Dingens nicht lang genug jetzt steht es gerade am Berg vielleicht will ich mir auch noch auf die Plattform draufstehen morgen jetzt geht's ja ja Digger schau's dir mal ran alter wie der Sack da einfach rein fliegt in meinen Fluchtwinkel Junge ich liebe diese Schweber Drohnen super geil hab ich dir schon mal meine Automatisierung von Hit or Single gezeigt eigentlich Daniel ne soweit Punkte hab ich jetzt akzeptiert den da hinten spielt jetzt erst von diesen Punkten von diesen Punkten aus dem da vorne riesen riesen dafür ich müsste jetzt eigentlich alles dabei haben um äh Eisen zu automatisieren mal schauen ob alles reicht aus dem mit auf wo das und Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. 8 ich bin groß ich bin nicht groß Jetzt hab ich tot Na, ich hab einfach keinen Bock mehr, Junge Das ist so verbuggt, Alter Ich hab gerade in der Luft aktiviert, jetzt kann ich nicht in der Luft aktivieren Danke, Bungie, Bungie, gutes Spielprogrammiert, ohne Lex, ohne Bugs Bestes Game Besser ist es, dass ich in so aufgeschlitzt hab Okay Sprache, hallo, ich bin live Ich weiß, aber ich rede ja von Spielen, wenn man jemanden von bei Spielen aufschlitzt, ist das glaube ich nicht so schlimm Nein, nein Nein Ich hab viel gestern auch sich in General Rater mitzunehmen Ich geh da mal raus, der direkt kommt, dassel Ich hab halt viel zu wenig Roses für eine Party, ich werde es Wenn ich den da drüben nicht gut bekomme Wenn ich den da drüben nicht gut bekomme Ich bin voll in die Granate reingesprungen, Digga Ich bin voll in die Granate reingesprungen, Digga Ich bin voll in die Granate reingesprungen, Digga Gut, dass da unten auch so Knechte rumlaufen Ich bin voll in die Granate reingesprungen, Digga Und das hat gar nicht zufrieden lassen Na ja, ich bin voll mit ihnen uns er ist ein Niederkumpel und ist einfach nicht gut ich bin ich kann nicht gut sein wir sind was wäre er zu haben müssen bis zu spät mit die Euro einfach mit fast damit grünen Alles komplett gut Ne, äh, es gibt so verschiedene, äh, so Reinheitsgrade von den Ressourcen eigentlich jetzt mal Und nachher davon wieviel Ressourcen du bekommst, weißt du? Lega Twist, danke für den Follow Ah, Servus Oh, war ich stehengeblieben, äh, bei dem Miner Hat so, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, guck mal so, wieviel du von, äh, Deposit halt rausbekommen kannst, weißt du? Und es ist fast komplett voll dabei, von mir Aber mein Kabel ist zu kurz, ist über die Verlängerung Äh, Mann, hab ich das vermisst Ich bin tot, bin aber tot Oh, ich empfiehle Von den vielen Winterstel-Asia-Bene nicht mitfiehen Oh, ich lebe Ich war grad dritt unter, um eine Aufmung, um die letzte Station zu finden, müssen immer zu sein Ich weiß nicht Was, muss ich nur wieder von h morten Ich war dicke, um ein Doppelbereich Ich hab einfach ... ich hab einfach 16 Winterbienenlaufen um meine fabrik zu haben laufend zu halten warum lieb ich ich schon als er sich die developer dabei das ist der erste ich habe noch ein paar erstes wie ich von der Vielen Dank. Vielen Dank.